Teilnehmer, die bereits in der VHS-Cloud registriert sind, werden über KUFA in der eigenen Volkshochschule wie folgt mit diesem Account verbunden. Gewünschten Teilnehmerstamm aufrufen und hier auf den Reiter E-Learning wechseln. Mit der Schaltfläche Account anlegen das VHS-Cloud Teilnehmer-Account-Fenster öffnen. Nun den bekannten Login eingeben und mit OK bestätigen. Die so eingebundenen Teilnehmenden erhalten daraufhin ebenfalls eine E-Mail vom System, dass sie für die VHS-Cloud-Nutzung an unserer Volkshochschule aktiviert wurden, sobald wir auf die Schaltfläche geklickt haben. Auch hier wird der entsprechende Login angezeigt.